Hi! Ja, ich möchte ganz gerne mit dir etwas teilen heute. Und zwar habe ich am 6.11.2008 etwas aufgeschrieben und das war im Prinzip mein damaliger Zustand, in dem ich gewesen bin, wie ich mich gefühlt habe. Und dieser Zustand, der ist gewesen, weil ich wirklich, seitdem ich ein kleines Kind bin, gewesen bin, schon so viel körperliche und auch mentale Gewalt erfahren habe, erlebt habe an mir direkt. Und ich kann wirklich sagen, dass ich über 30 Jahre, wirklich über 30 Jahre tagtäglich mentale oder körperliche Gewalt erlebt habe. Und ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass wir darüber ganz offen reden. Denn wenn ich mich umblicke und jetzt, wenn ich an die Erfahrung denke, die ich jetzt momentan mache, wo ich mehr und mehr zu den Menschen spreche und für die Menschen da bin und für die Menschen aufstehe, vor allem für die Frauen, die wirklich in ihren tiefsten Tiefen sind, die auch die häusliche Gewalt kennen, die Missbrauch kennen, die die Vergewaltigung kennen, die es kennen, wenn sie durchgehend manipuliert werden, wenn sie hörig sind, wenn sie mit einem Narzissten zusammen sind, wenn sie eingesperrt werden, wenn sie vollkommen kontrolliert werden, wenn sie ihren kompletten Wert verloren haben, den überhaupt nicht mehr spüren, wenn sie aufgehört haben, ihren Körper zu fühlen, ja, den Körper nicht mehr zu fühlen. Weißt du, was das bedeutet? Das ist, als ob du irgendetwas in dieser Welt bist, was du nicht benennen kannst und es bewegt sich von A nach B und ist einfach nur da. Und innerlich, du spürst deinen Geist, du spürst deine Gedanken, du spürst es ganz, ganz, ganz klar, was dort in dir ist. Doch den Körper, den kannst du kaum noch spüren oder gar nicht mehr und das Einzige, was vielleicht noch zu spüren ist, das ist ein unendlicher Schmerz oder dieses Zusammenziehen im Brustkorb oder es geht in den Magen und manchmal ist es gar nicht mehr möglich zu essen und manchmal wird nur noch gefressen, ja, das ist so ambivalent, diese unterschiedlichen Phasen, durch die wir hindurch gehen und wenn Menschen dann fragen, ja, wieso bist du denn traurig, warum hast du denn Angst, wieso isst du nicht, wieso kannst du das denn jetzt nicht verändern, mach doch mal was, dann sind das Menschen, die das nicht verstehen. Dann sind es einfach Menschen, die es auch nicht verstehen können, weil sie nicht in dieser Situation sind. Sie wissen nicht, was es bedeutet, wenn der Kopf sich die ganze Zeit dreht. Sie wissen nicht, wie es sich anfühlt, in einem Haus zu leben, in einer Wohnung zu leben und die ganze Zeit kontrolliert zu werden. Sie wissen nicht, wie es ist, die ganze Zeit Schuldzuweisung zu erhalten. Sie wissen nicht, wie es ist, tagtäglich mit jemandem zusammenzuleben, der einen wirklich, ja, im Prinzip verfolgt, ja, mit den Augen, mit den Worten, das Telefon klingelt ständig, egal, was man macht, es wird hinterfragt, wir müssen uns rechtfertigen, es wird uns aber auch nicht geglaubt, ja, es wird uns noch ganz viel unterstellt, es wird etwas in unsere Worte hinein interpretiert, was wir gar nicht meinen, was wir gar nicht sagen und dann kommen so, dann kommen die Menschen von außen, die, die es vielleicht wissen, weil meistens ist ja der Schein im Außen komplett gewahrt, ja, so, das sieht immer alles ganz toll aus und so schön und in dem Moment, wo die Tür zugeht und niemand mehr etwas mitbekommt, dann geht der Terror los, ja, und dieser Terror geht meistens mit Worten los. Alleine schon Blicke, Blicke können schon ganz, ganz, ganz viel bewirken, ja, wenn man schon einiges erlebt hat mit diesem Menschen. Und dann kommen die, die sagen, warum trennst du dich nicht von dieser Person, warum gehst du nicht weg von diesem Menschen? Doch wenn wir das Gefühl haben, dass wir wenigstens manchmal in den Arm genommen werden, dass wir wenigstens manchmal dieses Gefühl haben, geliebt zu werden, dass wir wenigstens manchmal, nur manchmal das Gefühl haben, gesehen oder anerkannt zu werden, wir, die uns selber nicht mehr spüren, wir, die unseren Wert überhaupt nicht sehen, nicht mehr fühlen, gar nicht wissen, warum wir überhaupt wertvoll sein sollen, wir, die immer das Gefühl haben, dass wir nicht gut genug sind, dass wir eh nichts wert sind, dass wir es auch überhaupt gar nicht wert sind, geliebt zu werden, weil wir uns selbst überhaupt nicht mehr spüren. Und dann kommt da diese Angst, was ist, wenn ich gehe, was passiert dann alles? Und diese Angst schnürt wieder zu. Und diese Angst und all das andere, das lässt uns dort bleiben. Und die Entscheidung zu treffen, zu gehen, die kann mitunter Jahre dauern und es kann auch sein, dass man es nie schafft. Ja, und deswegen ist es an der Zeit, dass wir, die es geschafft haben, da rauszukommen, und ich habe wirklich alles hinter mir, was man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Und ich bin ein einzelner Mensch, der so viele Situationen und so viele Geschichten überlebt hat. Und wo auch die Gesellschaft, die sogenannte Gesellschaft, einen sehr großen Teil dazu beigetragen hat. Und ich möchte jetzt, also ein Teil dazu beigetragen hat, dass es mir so schlecht ging. Ja, das möchte ich erwähnen. Und blicken wir uns doch einmal um. Dann sehen wir, was heutzutage los ist. Wie die Menschen gefüttert werden mit was. Und in welche Richtung die Menschen getrieben werden und gedrängt werden. Mit welchen Worten. Wie viel Druck ist so oft dahinter. Wie viel Angst wird geschürt. Ja. Doch darauf möchte ich jetzt gerade nicht eingehen, sondern einfach nur einmal vorlesen, was ich damals geschrieben habe, 2008. Wo ich mittlerweile schon, ja, über 20 Jahre in der Dunkelheit gewesen bin. Ja. Und dann, ja, es fing mit vier Jahren an, wo ich mich einsam und allein und nicht geliebt gefühlt habe. Das ist die Erinnerung. Ich weiß, mit vier Jahren habe ich etwas Entscheidendes gemacht. Und deswegen weiß ich, ich war vier. Ja. Wo ich mich schon, ja, nicht so gut gefühlt habe. Und dann ging es weiter. Lass mich das jetzt mit dir teilen, was ich damals aufgeschrieben habe, 2008. Ich stehe alleine in der Hölle des Lebens. Menschen laufen an mir vorbei. Verachten und beleidigen mich oder registrieren mich nicht. Ich stehe in der Mitte von diesem Rummel des Lebens und stehe da. Ich fange an zu schreien. Ich schrei den Schmerz heraus. Ein gellener, lauter Schrei. Er droht mich zu zerbersten. Ich schreie vor Wut, Trauer, Verzweiflung, Unglück. Doch niemand hört den Schrei. Die Menschen laufen an mir vorbei. Zeigen mit dem Finger auf mich oder sehen mich gar nicht. Ich stehe da in der Mitte von ihnen. Ich bin umstellt. Ich stehe da. Ich schreie, schreie immer lauter. Der Schrei lässt meine Ohren fast platzen. Ich schreie. Ich fange an zu toben, mich zu winden vor Qual, vor Schmerzen, vor grausam Erinnerung. Ich werfe mich auf den Boden, schlage mit Kopf und Fäusten auf den Steinboden. Ich blute am Körper, im Gesicht. Unendlicher Schmerz. Ich schreie, schreie, ich schrei. Doch niemand. Hört diesen Schrei. Und ich stehe da, in der Mitte dieser grauenvollen Menschen. Ich stehe, doch ich schrei. Meine Augen verzweifelt, das Gesicht blass. Doch ich stehe da, aufrecht, umzingelt von der Hölle des Lebens. Und ich schrei. Mein Körper bebt, doch ich stehe die ganze Zeit da, auf dem Marktplatz des Lebens. Starr und stumm blicke ich nach vorn und höre ihn, den Schrei. Nur ich. Und ich stehe da, aufrecht und sauber, aber allein und schrei. Und wenn du dich da drin wiedererkennst, dann melde dich gerne bei mir und lass uns in den Austausch kommen. Ich würde mich darüber riesig freuen. Sch empoweringe. Schön. Schön. Schön.